Hallo, im heutigen Video geht es um den Tatra Phoenix Hacker Pack. Der ist vom Moda HR Forst und Fahrzeugbau, bringt ja einige Mods immer raus, vor allen Dingen im Forstbereich, Maschinen und so weiter. Hat eine Größe von 23,71 MB. Er schreibt, auf einem Trip durch die Ostblockstaaten sind wir auf einen Tatra Phoenix mit Opelkabine gestoßen. In unsere Werkstatt hat er einen Hacker mit Gran und einem schweren Käfig bekommen. Da er aus vielen Resten zusammengebaut wurde, haben wir ihn liebevoll Frankenstein genannt. Für schwieriges Gelände hat er vorne eine 15 Tonnen Seilwinde. Um Bäumstamme heranzuziehen, hat er an der Seite zusätzlich eine 4 Tonnen Seilwinde. Hinweis zur Seilwinde, Seilwinde benötigt das Platinum Expansion DLC, ansonsten ist sie nur eine Dekoration. Gut, dann gehen wir mal ins Kaufmenü. Und zwar das Ganze findet man unter Fahrzeuge, Forstmaschinen. Und dann haben wir hier, hat 850 PS, Automatikgetriebe, 470 Liter Kraftstoff, 100 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 14,5 Tonnen Gewicht. Bereifung hat er drauf die AirSmax SR35 und die Seilwinde hat eine Zugkraft von 15 Tonnen. Das betrifft diese hier da hervorne. Hier an der Seite ist noch eine Seilwinde, die hat die 4 Tonnen. Kosten tut er 135.000 Euro. Mieten kann man auf, das ist 6.885 Euro. Setze ich zusammen, als Basiskosten 2.700 Euro, pro Arbeitstag 3.350 Euro und pro Arbeitsstunde 2.835 Euro. Dann bei Konfiguration haben wir die Möglichkeit, diese Reflektorstreifen, diese roten hier, zu entfernen. Dann Käfigfarbe, das ist quasi der Überallbügel hier oben. Dann die obere Kabinenfarbe. Die untere Kabinenfarbe, das ist quasi dann das. Dann die Farbe vom Hacker. Dann die Granfarbe. Und die Zangenfarbe. Und die Felgenfarbe und das Kennzeichen. Gut, dann schauen wir uns noch. Da ist ja noch ein Anhänger mit dabei. Und zwar finden wir den unter Geräte Anhänger. Und hier wäre er. Das wäre der Fliegel Frankensteins ASW. Hat eine Kapazität von 29,5 Kubikmeter. Ein Gewicht von 7,6 Tonnen. Eine Länge von 12 Meter. Und hat auch die EarthMax SR35 Reifen drauf. Als Kosten tut er 52.000 Euro. Mieten kann man auch. Für 2.652 Euro setze ich zusammen. Als Fasiskosten 1.040 pro Arbeitsstakt 520. Und pro Arbeitsstunde 1.092 Euro. Dann bei Konfiguration können wir hier oben auswählen. Bei der Stirnwand, ob sie Glas durchsichtig ist oder ein Gitter. Dann können wir noch die Hauptfarbe verändern. Felgenfarbe verändern. Und das Kennzeichen auch verändern. Gut, dann hier ist er. Hier wäre die seitliche Winde mit 4 Tonnen. Hier wäre die große Winde mit 15 Tonnen. Die auch dazu dient, dass man sich zum Beispiel, wenn es ganz steil ist, an den Baum anhängen kann. Und dann nach oben ziehen. Wir sehen, der hat zwei Fahrerhäuser. Eins dient beim Fahren und eins dient bei der Bedienung des Hackers. Das ist dazu da, dass man halt nicht nass wird, wenn es regnet. Dann haben wir noch den Reservereifen drauf. Und dann haben wir hier diesen Anhänger, der die Sechsel gut aufhängt. Gut, dann steigen wir mal ein. So sieht die Fahrerkabine von innen aus. Gut, warum wir... Achso, das ist jetzt nicht die Fahrerkabine, sondern das ist quasi die Kabine für den Hacker. Wir sehen, das ist für das Lenkrad. Wir haben hier zwei Joysticks. Und sonst sieht es eigentlich aus wie die normale Kabine. Jetzt machen wir das Ganze mal zu. Oder klappen wir den Hacker wieder zusammen. Dann sehen wir hier quasi die Fahrerkabine. Hier haben wir quasi unser Lenkrad. Dann an Optionen, also an Kameraoptionen, haben wir diese Fahrerkabine. Wenn der LKW aktiviert ist, diese Krambedienungskabine. Dann haben wir noch eine Ansicht auf die Kramzeige. Das sehen wir jetzt, wenn man der jetzt rausklappt. Das orientiert sich auch an die Kramzange. Und dann nochmal eine Außenansicht. Dann haben wir die Möglichkeit, oder beziehungsweise wir haben drei Gerätefunktionen. Das wäre einmal die Kontrollgruppe Kram, dann Kontrollgruppe Stützfuß. Da kann man den Stützfuß hoch und runter lassen. Wenn man zum Beispiel ein bisschen vorfahren will oder zurück, kann man dementsprechend den Stützfuß kurz anheben, damit man da fahren kann. Dann beim Anhänger können wir die Abkriebsseiten auswählen. Also hinten, der Krippe ganz nach hinten oder der Kornschieber. Dann lässt er hinten über den Kornschieber das Ganze raus. Dann Kontrollfunktion 3 wäre dieses Entladerohr. Aber ist jetzt momentan so, wenn es etwas hat, quasi wie den Anhänger, dann überschreibt es die manuelle Steuerung. Wenn wir jetzt abhängen, und kein Anhänger oder nichts in der Nähe ist, wo er reinladen könnte, dann können wir das Ganze manuell steuern. Können wir auch schnell mal machen. Dann hängen wir mal schnell ab. Jetzt müsste es eigentlich gehen, wenn wir jetzt auf Entladerohr gehen. Genau, jetzt können wir es bewegen. Und dementsprechend hier. Das dient dazu, wenn man jetzt irgendwo auf dem Haufen schütten will, oder auf dem Haufen so gut konzentrieren will, dass man das einstellen kann, wo man es hinhaben will. Jetzt sehen wir, er richtet sich wieder automatisch an den Anhänger aus. Und wir können wieder, oder wir können dann nicht mehr manuell steuern. Gut, dann gehen wir aber in die Kontrollgruppe Kran. Gehen wir in die Ansicht Kran. Dann, bei mit B, starten wir den ganzen Hacker ein. Jetzt läuft er, in der Kabine ist es sehr ruhig. Fährt man gar nicht richtig. Und dann können wir quasi hier den Baumstamm einkippen, beziehungsweise dann gucken lassen. Oder dementsprechend kleine Stämme, oder wie auch immer. Gut, dann steigen wir mal wieder aus. Dann geht natürlich der LKW aus, wenn man es nicht an die Optionen eingestellt hat, dass man Motor manuell starten will. Die sind hier nicht eingestellt. Deswegen hört er jetzt auf. Jetzt schauen wir mal. Ich mache mal da einen Stamm. Und dann machen wir einfach mal einen 4-Meter-Stamm. Dann haben wir hier vorne, wenn ihr das Platinum Expansion Kit besitzt, ansonsten geht es nicht. Diese Seilwinde und damit schwere Stämme, die über 4 Tonnen haben, quasi zu sich herziehen. Und bei der seitlichen Winde, weiß nicht, kann man das Ding nehmen? Auch nochmal schnell machen. Wenn man dann jetzt, wenn man zum Beispiel einen Baum umschneidet irgendwo, da kann man mit der Winde quasi ranziehen, damit man einen Kran, den dann gereiten kann und dementsprechend in den Hacker befählen kann. Also diese geht bis 4 Tonnen und diese bis 15 Tonnen. Die ist auch halt dazu geeignet, sich steilen Hängen hinaufzutehen, also mit einem LKW, indem man es einfach an einem Baum befestigt. Gut. Also vom Fahrgebühl her auch in der Kabine selbst, wenn man sitzt. Das finde ich relativ schön gemacht. Man kann also hier auch bequem in der Kabine arbeiten. Oft ist ja besser, wenn man dann außerhalb sitzt oder wenn man quasi die Außenansicht nimmt, wenn man da einfach eine schönere Ansicht hat. Aber es ist hier eigentlich sehr gut gelöst, das Ganze. Gut, da haben wir jetzt natürlich noch eins. Können wir wieder einschalten. Genau, so sieht es aus. Also wie ich sehe, es schaut fast aus wie so ein Offroad-Track für so Trophys. Kann man bestimmt auch hernehmen. Damit kommt man an einige Dinge hoch, wo andere Fahrzeuge im Farming-Simulator wahrscheinlich nicht hochkommen. Von Bidin her ist er gut. Und genau, von der Funktion her passt eigentlich auch alles. Können wir jetzt nicht beklagen. Also wer gern voll zackt, bei denen ist es ein optimales Gerät. Okay, dann bedanke ich mir fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017